Ich kann mich an eine richtig coole Sache erinnern in der Audienz, beim Outreach tatsächlich. Da war es so, dass wir gebetet haben, zu welcher Person wir gehen sollen. Und ich habe so ganz deutlich gehört vom Heiligen Geist, dass wir gleich in der Nähe vom Blaugeholt Ausschau halten sollen. Und dann war da tatsächlich eine Frau auf einer Bank, 70 Jahre alt, genau, und die hat richtig nach Jesus gesucht. Also in der Kindheit hat sie schon mal Jesus erlebt, aber dann lange nicht mehr die Beziehung zu ihm gesucht und hat sie schon gefragt, hey, wo bist du Gott? Hast du mich wirklich lieb? Siehst du mich wirklich? Und dann konnte ich ihr einfach so zusprechen, dass sie es sie wirklich sieht und ihr einfach die Liebe Jesu so zeigen. Und das war so ein Highlight, einfach zu sehen, wie Gott mich so leitet und einfach auch ein Outreach zu machen, mich trauen, aus der Komfortzone rauszugehen. Und ich finde toll, dass die Audienz einfach einen so pusht, aus der Komfortzone rauszukommen und dass man auch in der Gruppe einfach Outreach machen kann und dass man einfach auch coole Leute kennenlernt, die das gleiche Ziel haben. Und das war so ein Highlight, einfach zu sehen, wie Gott das ist,